Also Berlin hat mich echt überrascht. Berliner Schnauze hin oder her, Ellbogen hin oder her, das haben andere Städte auch. Aber Berlin ist hart aber herzlich. Ich sitze hier auf dem Boden am Alexanderplatz, kommt so ein Kerl vorbei und schenkt mir einfach einen Döner, gibt mir einen Döner aus Kielertschild hier, wir hatten einen langen Tag, wir waren in Frankfurt an der Oder und ich muss sagen, die Leute hier sind sehr herzlich. Hart aber herzlich, von Berlin hart, sehr viel zu bieten, es ist eine riesige Stadt von der Fläche her. Unmöglich, in drei, vier Tagen auch nur annähernd, auch nur annähernd den wichtigsten Spot zu sehen. Ich habe es gerade mal geschafft, Holzberg, ein bisschen Plenzlauer Berg, Mitte, Charlottenburg, Krudamm, Bahnhof Zoo, den Alexanderplatz waren zu gucken, mehr ging nicht. Berlin ist riesig. Berlin ist riesig. Und die Leute, die ich schon mitbekommen habe, haben ein großes Herz, am meisten zumindest. Und wenn du es korrekt zu dem bist, sind die auch korrekt zu dir. Und ich werde auf jeden Fall wiederkommen, weil hier geht noch einiges. Und die sind, meine Freundin, checkt es aus mit einem Berliner Döner und Bierchen. Verabschiede ich mich. Ich wünsche euch alles so gut nach, vom Alexanderplatz in Berlin. Bis bald, wir sehen uns in Darmstadt. Oh!